so und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen part von minecraft survival heute wieder in der welt von mir und elias sag hallo da ist er kannst auch winken wenn du willst muss aber nicht schon erst mal wieder meine o gott ausrüstung ich meine jeder hat eine o gott ausrüstung nicht wahr lieben freunde so was sind die müsste doch hier drin sein genau das zeug drin oh gott es soll nicht dahin ich glaube ich muss nur stein formen doch er hat es dann bisse fleisch bisse huhn bisse ne lass es mal drin das ganze drin lassen ok aber ein fleisch behalte ich ein oh das ist leder so dann will ich aber verrottendes fleisch wie ist man drauf treppen hast du es sich das neem du hast noch keinen hunger ach man ich will hunger haben stimmt wir haben ja oh gott wir haben ja letztes mal haben wir ja diesen ein doppelbett ja ganz klar kann schlafen aber ich glaube ich baue die zwei holzteile weg dass man besser ins bett kommt ok ich glaube das passt irgendwie besser ist das ist eine werkbank oh ja oh gott mal sehen kann ich irgendwas machen eichenholzbretter brauchen wir eichenholzbretter ich mache mir welche so ok ich baue mir eine treppe ne vier treppen what the fish was kann ich noch bei uns wo schwente ich unser holz das ist mein holz wo ich abgebaut habe gerade eben das darf ich ja wohl wieso kann ich da nicht hoch weil der holz ist ja komm leck mich doch am holz ne das sind die blätter wo das stören jetzt die blätter stören immer diese blätter wo stören nicht wahr ja die blätter kann man nicht so jetzt lassen oder ja soll ich das soll ich ein bisschen abbauen ne komm aber wenn das beim antren bauen und nicht weil unsere nachbar bäume ok bist du hier unten in in diesem teil ich bin ein loch also ich grab mich da jetzt runter komm schlicht mal hoch ne ich nicht über ich sehe gar nichts deshalb ja hier ging es nicht hoch und hilf mir mal ich seh nix ja ich komm ja licht hier noch gar nicht hallo kann ich hier hoch nein ja doch ich sehe langsam wieder licht ich glaube ich brauche einen block hier so aber ich bin ein zombie ja jetzt kann ich aber hier hoch wieder ok das passt ich schaue mich mal ein bisschen um in dieses loch bist du gefallen ja aha was mache ich und vor allem wie komme ich ja runter ich so steht ja recht einfach da immer vorstehen zu bauen so so ich schaue mal ob ich irgendwie eine höhle finde oder so oder irgendwas ok ja wo ist unser baumhaus unser baumhaus das war gerade bei dem loch in dem bereich da ist ein pilz oh gott ich will den aufsammeln oh gott ich bin ich ernsthaft zu dumm um einen pilz aufzusammeln oh gott es wird doch nichts hier jetzt muss ich erst wieder stein ab bauen da jetzt habe ich glaube so habe ich jetzt pilze im endwinter ernsthaft keine ne schaut ja meine hand an ja ich weiß hab's gesehen ich baue mir wieder eichenholzbretter dann soll ich uns ne bergband machen oder wir brauchen keine oder ne wir haben genug stöcke brauchen wir knöpfe oder hebel oder irgendwas nö aber es wird langsam nacht wie baut man denn eigentlich nochmal fackeln ich habe es leider vergessen weil ja dann brauchen wir kohle und wir haben gerade keine kohle keine kohle dann können wir uns wohl nichts kaufen nö also ich gehe dann in unser baumhaus und aber hier sind ja fackeln wo hast du die herkriegt da habe ich kohle ach so da habe ich kohle mir gemacht ja also komm geh mal schlafen hey wieso brauchst du da wieder bretter hin ne komm lass mal das sieht super aus ja okay ich komm nachher bis oh Gott heute nachher von jedem Werkzeug eins okay ja komm mal zu mir ich schlafe gerade ja also dann beenden wir den Part oder ja und am nächsten Part machen wir mit diesem Tag hier weiter ja also dann tschüss tschüss